Anlauern Truhen im Schatten. Das ist auch fies, die im Schatten hinzustellen, weil man die dann gar nicht sieht. Oh, 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 da war der Ring. Oh Gott, war der weit weg. Ah, not identified. Wer hätte sich das denn denken können hier? Irgendwie war das doch klar. Ähm, oh, eine Kiste. Und ein irgendwas. Black Death. Habe ich schon 17 gekippt. Jetzt sind 18. Und dann mal da. Horror Captain, Total Kills. Wow, shit. Das sind schon 60 Stück, die ich von denen gekillt habe. Oh, das ist, ähm... Wenn ich die nicht so schnell besiegen würde hier das mal. Ah, so funktioniert Horror Captain, Total Kills, 62, das ist ja egal. Hitpoints, 17 bis 25. Gut. Resist Lightning, Immunity, Imm... ne, Immuni... Immuni... Immunity heißt das ja nicht. Immuni, was heißt Immuni? Magic. Hm. Wird wahrscheinlich so viel wie... genau so viel bedeuten wie Immunity. Ähm... Da ist auf jeden Fall ein ganzer Raum voller Bücher. Das ist noch recht interessant. Oh, eine Axt. Oder eine... Na doch, eher sowas wie eine Axt, oder? Ja, das ist definitiv eine Axt. Ähm... Das stört das da auch nicht. Gut. Was haben wir denn hier? Dark One. Noch ein paar von denen. Ich hab ja erst... Was? Ich hab erst 17 von denen. Oh, liebe Bambu, die... kleinen Brüder, die ich da gekillt habe. Die roten am Anfang. Irgendwann dann irgendwelche anderen. Ah, hier gibt's anscheinend auch nichts zu finden gerade. Mal sehen, ob's auf der Gegend gerade hier noch was gibt. Irgendwie ne Kiste oder so. Das wär natürlich wieder mal... typisch, wenn ich die mal sehen würde. Da... Aber die haben jetzt auch nichts gehabt. Okay, dann... Ach, da war ja nur... ne Leiche noch. Bei den Fledermäusen müsste ich mal gucken. Wie die heißen. Naja, okay. Was? Was ist das? Oh, da sind jetzt ein paar mehr von ihnen zurückgeblieben. Ich bleib mal hier. Kommt mal noch einer. Sehr schön. Und noch einer. Oh, komm schon. Ich spiel hier was für zusammengeschlagen. Sehr schön. Dann krieg ich eben noch ein paar von euch. So, was haben wir denn jetzt? Äh, 35. Boah, ist das... Nein, 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 nein. Verdammt. Ich darf nicht da reinrennen. Das ist ja tödlich. Auf densten stellen sich schön in der Reihe. Wartet einer nach dem anderen, bis er dran ist, getötet zu werden. Sehr praktisch. Na, noch einer. Gut. Noch einer. Sehr schön. Oh. Ah, das dürfen jetzt alle gewesen sein. Und eine Menge Gold haben die auch fallen lassen. Oder zumindest sind es eine Menge Goldhaufen. Na, ist noch einer. Aber ansonsten, gut. Ja. Wir müssen ja nicht immer was anderes fallen lassen noch. Book of Healing. Das ist doch interessant. Ähm. Kann ich aber wahrscheinlich wieder nicht einsetzen. Zu wenig Magie. Uuuuuh, Magie. Oh Gott, zu viel... Zu viel Magie. Ich wusste es doch. Ah, Book of Healing. Right, ception, read. Oh. Kann ich auch lesen. Book of Infernung. Das ist natürlich interessant. Dass ich die lesen kann. Magic Shield, okay. Ein Buch. Ich muss ein paar davon aus dem Essen schützen. Ja, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? Ein Buch. Im Ernst jetzt? Okay, ich muss ja eh nach oben. Und da ich ja... Komm, ich weiß nicht mehr. Tornportel? Naja, ist ja ihr Wurscht. Dann, äh... Wo war das Buch? Da war das Buch. Buch of Healing. Wieso? Das ist immer noch Level 1. Diesen Level 2. Was ist das? Ach, Magic Shield? Flash? Townportel. Healing. Flash ist wahrscheinlich nur so ein Blitz, der die Leute blendet. Ähm... Ja, dann verkaufe ich den Kram einfach, weil ich meine, was bringt mir das da, die Bücher zu lesen, wenn ich die... Äh... Wenn es mir eh kein höheres Level bringt. Ja gut, Level 1 Buch und Level 1 Buch ergibt dann kein Level 2 Buch. In manchen Spielen schon, das stimmt. Dass, äh... Da gibt es dann die Level 2 Bücher da draus. Ähm... Allerdings ist das hier wohl eher weniger der Fall. Jetzt geht's zu dem Identifizieren. Ähm... Da hatte ich ja mehrere... Vier Stück sogar. Muss doch gleich mal gucken, was ich da alles identifiziert habe. Das war die Rüstung. Resist Lightning. Plus 1 to all Attributes. Und 15 Armor. Das ist doch schon mal ein Grund, dass die ganze Zeit zu tauschen. Auch wenn es plus 13 zu Dexterity gibt. Ähm... Ja. Bow of Planety. Damage Direction. High Durability. Ja, gut. Ähm... Das ist natürlich uninteressant. Ach, die Axt noch. Äh... Damage 2 bis 10. Äh... Resist Fire plus 10 to Magic. Das interessiert mich ja eher weniger. Ähm... Ring of... What the... Das wären plus 6 für alle Attribute. Ich glaube, den lasse ich auch nochmal hier. Ich meine, das ist jetzt so ein Sammeltick eher, aber... Ich weiß auch nicht. Ähm... Nee, aber von denen... Nee, nee, nee. Von denen behalte ich nichts. Wow, äh... Die fängt hauftig an. Äh... Äh... 1212, 500 und 1100. Äh... Dann kann ich davon... Der Kohle... Boah, der hat 800 gekostet. Naja. Gut. Das war auch die Rüstung. Die muss man ja auch mal ein bisschen reparieren. Die war ja auf... Was? 14 oder so runter? Resist-Lightning und... Ja, gut. Resist-Lightning ist jetzt nicht so zwingend notwendig, sage ich. Also ich weiß wirklich nicht... Ob ich schon auf irgendwelche Magiewesen getroffen bin. Ob die mir irgendwie Feuer entgegengesteuert haben. Eigentlich ja nicht. Irgendwie... Hm. Ja, das ist irgendwie merkwürdig. Ich bin ja noch nie auf einem... Ähm... Jetzt muss ich mal gucken. Äh... Skull of Inferno. Die brauche ich ja schon mal nicht mehr. Downportal brauche ich noch. Lightning. Zwei Stück. I have these items for sale. Mum... Och, Kacke. Ah... Ja, das Buch. Lightning. Inferno. Book of Healing. Book of Flash. Book of Charit Balls. Ah... School of Mana Shield. Das war nicht schlecht. Infer... Infervision. Was an die... Äh... Fernseher. Television. Hahaha. Okay. Ähm... Townportal bräuchte ich noch mal. Of... Rejuvenation. Healing. Lightning. Skull of... Facing. Kommt vor wie so ein... Kommt vor wie so ein Taser. Skull of Stone. Cur... 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 Healing. Healing. Feinst darf of healing. Oh... Wow... Feinst darf of healing. Damit ist 2 bis 4... Ne... 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 die zu beantworten ganz cool wäre. Aber da die das nicht machen... Healing? Town Portal? Hey, ja!